Am 29. September 2024 war die Handspinngruppe Weimar beim Herbstfest im Freilichtmuseum Hohenfelgen mit dabei. Und das bei perfektem Wetter. Die Sonne strahlte mit uns um die Wette, während wir unsere Handwerkskunst den interessierten Besucherinnen und Besuchern präsentierten. Mit viel Leidenschaft zeigten wir, wie Wolle gesponnen, kardiert oder sogar geklöppelt wird und boten unsere selbstgemachten Wollprodukte zum Anschauen und Anfassen an. Viele Besucher waren nicht nur neugierig, sondern richtig begeistert. Es wurde fleißig gefragt und wir haben mit Freude geantwortet. Schließlich lieben wir es, unser Wissen über diese alten Techniken weiterzugeben. Das Fest war für uns eine wunderbare Gelegenheit, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und unser Handwerk zu zeigen. Wir möchten besonders Interessenten aus dem Wohnumkreis Weimar in Thüringen einladen, sich unserer Gruppe anzuschließen. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, wer Lust hat, das Spinnen, Kardieren, Färben oder Wolle waschen zu erlernen oder zu vertiefen, ist bei uns genau richtig. Aktuell haben wir noch freie Plätze und freuen uns über neue Mitglieder. Meldet euch gerne bei uns. Tschüss! Tschüss!